Chakri-Asana ist eine Form des Rades. Chakri heißt Rad, kommt von Chakra, Rad, Scheibe, Diskus und es gibt in dem Buch von Garota Encyclopedia of Traditional Asanas zwei Asanas, die als Chakri-Asanas, Chakrasnya, bezeichnet werden. Raffaella zeigt, wie es geht. Halte den linken Fuß mit den Händen und bringe die Sohle in die linke Armbeuge. Dann beuge dich nach vorne, strecke einen Arm nach vorne aus und hebe einen Fuß hoch. Das ist Chakri-Asana. Schaue dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Chakri-Asana zwei. Chakri-Asana zwei geht aus der Kobra heraus. Du bist in der Kobra und du gibst die Knie etwas weiter auseinander. Du hältst die Arme ganz gestreckt und dann hebst du die Füße nach oben hoch. Und das ist dann Chakri-Asana, eine andere Form der Radstellung.